hey leute und willkommen zu einer neuen runde minecraft bad wars mit mir dem torben und der severanov ist auch dabei irgendwo hier da nein da und wir spielen auf der map bergwerk 4x4 und wir gerade schon gesehen hat habe ich endlich geschafft mir mal ob die fallen zu installieren das wollte ich ja schon vor ewigkeiten machen haben wieder verpeilt und ja jetzt habe ich es geschafft severanov bau dich mal in die mitte jetzt bevor du dich voll equipst gib gas ich will euch ich will euch das leider leider ersparen ich will euch das ersparen weil severanov stimme ist jetzt nicht so ein schönes ja was man sich jetzt wirklich anhören sollte also ihr habt nichts verpasst so viel kann ich euch sagen severanov guckt mal geradeaus vor uns rush mal zu dem bitte damit die nicht so aufdringlich sind das wäre ziemlich praktisch ich brauche noch ein gold dann kann ich mit bogen und beschäftige die einfach mal genau optifine ich mag das ja ich habe spaß mit dem mod sehr gut jetzt ist neues gold gespawnt ich mache da mal einen schnicken abgang aus der mitte hier spawnt irgendwie keins ach du scheiße hier ist ja einer ja fick dich ich machen abgang ich schnell und das gold so ich habe sechs gold kannst du sowas wie eine kiste bauen oder sind wir noch nicht am eisen doch sind wir wir brauchen eine kiste we need a chest so ähm kiste bitte ja liste liste auch aber vielleicht auch mal eine kiste da ist einer severanov ich brauche hilfe severanov severanov schnell severanov ich habe kein schwert oder so ich kann ihn nur weg sparen und das schaffe ich habe ich okay kiste bitte paul jetzt mach doch mal was wenn ich dir was sage ah danke severanov so der bogen ist in der kiste wer wenn der den bogen da draußen und drauf geht er hat den bogen rausgenommen wenn er drauf geht da kommt einer also sehr gut er hat es gesehen was ein team okay da hinten ist ein roter guter kipp da ich werde mal versuchen mein glück hier er ist runter gesprungen war keine allzu schlaue leistung von ihm leider haben die noch zehn andere aus ihrem team da rumgammeln er hat mich er hat mich er hat mich geschlagen warum hat das nicht funktioniert außerdem leckts bei mir meine blöcke alter das kann es doch nicht sein okay erst mal essen erst mal regenerieren was wird das jetzt schon wieder gemacht ach gott es gibt so weiße viele fragen dafür habe ich severanov ich liebe dich alter weißt du in dem moment der hat gerade geschrieben ich fick euch und dann das bett von team blau wurde von severanov von xx super saiyajin xx zerstört ach severanov das war echt schön severanov kommt mit zu rot wir machen die jetzt auch ja auch okay dann machst du grün halt ist mir auch egal bei rot ist eh schon ein grüner das wird ziemlich easy getrackt ich glaube der grüne ist gerade runter gefallen ja ist er ne ich komme nicht mehr klar da sind so viele gestorben naja deine mutter auch manchmal so im on the top of the mountain ach shit ich bin zu inkompetent umzubauen ich hoffe die haben kein bohren sonst bin ich jetzt tot ähm ich hoffe die sind ein bisschen dumm denn sonst bin ich jetzt auch tot ja er wartet auf mich ist natürlich ein bisschen uncool ist ein bisschen unglücklich aber gut severanov komm mal zu rot komm mal so ein bisschen zu rot ich glaube die mögen das wenn man die ein bisschen fordert du kannst übrigens auch von team grün zu team rot aber nur wenn du willst ist sie natürlich offen ich stehe jetzt einfach hier oben rum und trolle die ein bisschen na alles gut so ach man alter er hat mich getötet ich dachte er kriegt mich nicht aus der range runter aber er hat es geschafft respekt an ihn war eine super leistung ähm wird ihm auch noch vermerkt irgendwo bestimmt so lebt unser bogen eigentlich noch so wie ich das mal vor 10 jahren gesagt habe ein blauer kommt gerade in die mitte ich weiß nicht ob das ein untergang ist denn vielleicht kriegt er jetzt die spitzhacken kombo zack 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 oh ok ne kriegt er doch nicht ich muss mal einen kurzen abgang machen ja ok ich bin drauf gegangen schade die spitzhacken kombo hat nicht funktioniert ähm ja sie waren auch wir gehen jetzt zusammen zu rot verstanden sir ne du musst mich sir nennen ich gebe dir die befehle verstanden nicken nicken das ist ja echt das ist ja die höhe alter ähm guck mal da haben wir einen bei rot der da rumsteht eine nazi wir müssen diesen nazi eliminieren ja severanov weißt du du schreibst ja ja adolf ich und dann missachtest du die befehle von mir das soll aber auch einer verstehen alter kann der jetzt mal aufhören auf mich zu schießen ich warte hier sowieso bis du grau wirst oder mich tötest halt ne was du jetzt getan hast ach ja ok verstehst du mich jetzt wenn ich sage zu rot dann meine ich auch zu rot und nicht zu grün das ist aber auch wirklich es ist schwer zu verstehen kannst du mal bitte aufhören die ganze zeit ja adolf in den chat zu schreiben und ich denke mir noch wir werden nazi ist das ist ein bisschen nicht so praktisch du weil ähm alter alter ich bin kein nazi nazi ist die schlimmste beleidigung die es gibt ähm und politik themen möchte ich sowieso nicht auf youtube irgendwie ansprechen oder so darauf habe ich nicht so viel bock dann in den kommentaren zu hören ja da bin ich auch ein bisschen anderer meinung und so ja ja die ist das oh ich hab das getrackt getrackt noob 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 getrackt noob sehr gut ähm ja ich dachte ich muss mich dann noch defil dankeschön jetzt haben wir nämlich kein bett mehr außer also jetzt gibt es nämlich kein bett mehr außer unser weiße 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 ok passt ein bisschen bisschen auf und und so ne dann läuft es ja ein bisschen habe ich ein bisschen falsch geschrieben ohne b nämlich aber sonst ist alles auch rechtschreib mäßig auf dem neuesten stand der rechtschreibung ähm das ist einer von uns team grün wurde schon mal vernichtet wird läuft da hinten einer nene ok ist gut was ist da noch so das geht da noch so ab baut sich da jetzt eine hoch auch alter das ist doch so er will irgendwas machen alles klar ein roter bot sich nein der baut sich da jetzt eine base alter der riecht mich ich muss den vernichten gehen warum ist es jetzt cool wenn alle roten bei grün sind ne ein roter ist noch bei rot ein roter kommt in die mitte von rot von rot ach du ach man der jobro barber wurde getötet ist die serie ist ja komm boss wenn wir 400.000 mach einfach aber ist in ordnung ist in ordnung ich hab dein bett gekriegt du kleiner schnugge weil du zu ähm naja ja du warst schon zu schlecht um mich da aufzuhalten von meinem vorhaben alle machen das gleich jetzt bekämpfen die die mitte das macht mich traurig das macht mich sehr 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 traurig aber egal ja wahrscheinlich wird er mich jetzt auch ein bisschen runter schießen aber es juckt mich auch nicht ne hat er nicht gemacht dann habe ich mal 25 eisen in die base gebracht es hat sich sogar gereimt gemacht und gebracht war übrigens ein sehr schöner reim bin ich auch ziemlich stolz drauf habe ich mich auch sehr gefreut jetzt drüber so hast du den hast du den sprung gesehen digga war krass der hoh holly shit holly shit das wird zeit für eine slow motion ja weil ich habe gerade ein bisschen spaß an ihn willst du mich verarschen hast du mich gerade eingebaut er gönnt sich da hinten so ein bisschen so ein bisschen ein bisschen bauen ja mach mach erst mal ein bisschen ist ein bisschen schön bauen die mitte muss ja auch gepflegt aussehen weil ihr seid jetzt für die mitte verantwortlich wenn ihr schon die ganze zeit da er steht da sicher alter solche leute die regen mich immer ein bisschen auf weil bross beim ist einfach so schwach ich hasse bross beim aus ich denke das ist bross beim oder bross beim ist doch also es gibt immer so zwei sachen die man unter bross beim definiert einmal halt dieses spammen obwohl da gar keiner mehr ist aber man immer weiter auf die stelle schießt wo er gerade gewesen ist oder so halt oder halt dieses wenn jemand kommt und du einfach den bogen nicht stark anspann sondern einfach immer ganz schwache feine auf den schießt ich weiß nie was der richtige ist ich bin da immer ein bisschen unsicher aber ich bezeichne eigentlich immer beides als Ja die stehen jetzt hier natürlich zu dritt mit bürgen also wir gehen am besten gar nicht mehr aus der base raus weil die wollen das ja nicht und wir können ja nicht machen was die nicht wollen also wenn die nicht wollen dass wir nicht aus der base rausgehen dann machen wir es natürlich auch nicht das ist ja selbstverständlich das versteht sich ja von selbst so ich möchte da auch noch so was machen nämlich möchte ich einmal kurz zum eisen gehen wenn das für euch okay ist der Pfeil von dir Silverandoff ist gerade übrigens richtig cool geflogen der ist nämlich so seitlich geflogen ähm ja ja komm lass mich bitte mal eben hier kurz so ein bisschen eisen einsammeln dankeschön das ist wirklich großzügig von dir jetzt komm schieß mich runter machen wir bitte ja komm danke 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 darauf habe ich gewartet du bist echt groß 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 großartig bist du richtig großzügig heute mal wieder ne hast du ein bisschen wieder spendabel hast mir Freude abgegeben in die Fresse Ja, danke ich dir. Also wirklich, das ist echt nett. So, ja komm, schieß auf mich. Hier, ich hab nichts, schieß auf mich. Schieß auf mich, komm, mach. Ich warte. Wahrscheinlich bist du, du bist der Inkompton, um mich zu treffen. Ja, also, ich, komm, schieß mich ab. Schieß, ah, ja, ja, hier kann ich nach der Hunde mit sagen, ja. Schieß mich ab. Ach, ich kann nicht schreiben. Absurd. Juck dir ich nicht. Außer mir ist eh zu dumm, mich zu treffen. Was ist das für eine Inkompetenz, Bestie? Ich stehe die ganze Zeit am selben Ort. Und er schießt die Pfeile hier hinten an den Baum. Willst du mich verarschen? Wie lange spielst du denn schon Minecraft? Ja, kannst du, iCraft. Ich kann dir gerade aber nicht antworten. Ich hab bessere zu tun, nämlich zu spielen. Also, bitte erwartet nicht, wenn ich in der... Lol, er flieht einfach. Also, bitte erwartet nicht, wenn ich... Ja, er hat ihn! Nein, lol! Was war das? Er ist hochgeflogen, oder so? Hä? What? Alter! Ja, du schreibst aber gerade im Privat. Hab ne Aufnahme. Ähm... Ganz zufällig, Jan hatte natürlich einen Internetansturz... Ein Sturz. Ähm... Mach mal... Mach mal... YouTube-Cookie... Auf... Köpfe. Äh... Ähm... Ähm... So, okay. Ja, dann... Wenn ihr nochmal sowas... Also, ich werde ihn jetzt nicht wegen einmal reporten. Das hatte Tobi auch schon einmal. Aber wenn noch mal sowas jetzt hier in der Runde passiert, oder sowas ähnliches halt, dann werde ich dem mal schnell einen Report geben. So, er ist runtergefallen. Okay, war er das jetzt? Moment, wer hat das geschrieben? Ähm... Ne, Torli hat das geschrieben. Das war, glaube ich, dieser mit S. Der gerade runter... Hä? Warum stirbt er denn nicht? Danke. Okay, vielleicht hat er doch nichts gemacht. So, ähm... Wer weiß. Weil... Äh... Der Rote ist in der Mitte, der Letzte. Der kommt, der kommt, der kommt! Siveranov! Oder wer auch immer. La... Is... 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 Ja? Is... So, GG. Ähm... Ja, fuck, WW plus, dus, 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 dus. Is GG, ähm... Torben. Ja. Ja, du darfst. So. Ähm... Sehr gut. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch eine positive Bewertung da. Ähm... Wenn ihr mehr sehen wollt und nichts mehr verpassen wollt, vor allem abonniert doch und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Da haut rein und ciao.